hallo und herzlich willkommen zu einem neuen unboxing video von test.net heute habe ich mal was von zeny mitgebracht nämlich den sun zeny und darin sind 30 stück drinnen und das sind darmbinden atmungsaktiv groß neutral beziehungsweise geruchs entdeckend und diese will kommen auf jeden fall in die testabteilung weitere informationen könnt ihr auf test.net nachlesen in dem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag bis dahin euer armi tschüss